Herzlich Willkommen, Eulenfreunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 11. April auf Nimmerland. Unglaublich, heute findet unser erstes Angel-Tunnel hier auf Nimmerland statt. Um 9 Uhr geht's los. Ende ist um 18 Uhr. Kommt einfach zum Pavillon auf dem Festplatz und macht mit. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Insellleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, das Angel-Tunnel ist endlich da. Das erste Event, ne, glaube ich. Ja, will ich schon so sehen. Obwohl K.K. ist vielleicht das erste Event gewesen. Emily. Sehr schön, Moritz. Ein Haus wird zwar mit den Händen gebaut, aber man braucht Herz, damit ein Zuhause da raus wird. Und vielleicht wird es das noch mehr mit diesem Geschenk, das ich dir mitschenke. Bis hoffentlich bald, Emily. Oh, danke schön, Emily. Sehr, sehr nett, auf jeden Fall. Äh, herzlichen Glückwunsch. Vieles ein Geschenk für dich, um dein gewachsenes Haus zu würdigen. Ah ja, stimmt. Ich habe gestern, ähm, mein Haus erweitert. Wir haben jetzt, äh, ich glaube, einen Keller. Ich glaube. Oh, ich sehe gerade nichts. Ne, ne, wir haben oben, wir haben ein Dachgeschoss. Äh, hier oben, weil hier oben ist so viel Platz. Hier wird dann später mein Unterwasserraum werden. Und unten möchte ich gern irgendwie so ein heimliches Geschäft machen. Im Keller. So ein Drogendeal-Sachen-Typ. Genau. So was halt. Das ist mein Plan. Das Haus können wir jetzt auch komplett umgestalten. Wäre auch ganz cool. Ähm, wir haben eine Meile. Bestimmt wegen Hausvergrößerung. Wir müssen jetzt außerdem 1, 2, 5, also eine Million bezahlen. Eine Million und 250.000 Stern ist, damit wir das Haus weiter erweitern können. Äh, wir gehen mal kurz den Strand entlang. Ah, Fisch. Fisch brauche ich nicht. Oh Gott, das Regenbogen-Rezept brauche ich auch nicht eigentlich. Auspacken. Toilette, okay. Und ein Dusch-Set. Ah, ich glaube, die Akademie des schönen Hauses möchte, dass ich, ähm, ein Badezimmer baue. Ja, das können wir auch noch machen. Küche, Badezimmer und Wohnzimmer brauche ich denn vielleicht noch? Und dann, Schlafzimmer wird dann mal ein schöner Unterwassertempel sein. Oh Gott, ich habe keine Schaufel. Oh, das ist belastend. Das ist belastend. Aber heute geht es ja gar nicht um Schaufeln, sondern um das Angelturnier. Endlich, endlich ist es da. Ja. So, wir müssen noch... Ich guck mal eben, wie viele Minuten müssen wir noch warten. Noch zwei Minuten, dann können wir endlich angeln. Ich könnte auch endlich eine Angel mal herstellen. Aber... Dazu bin ich wohl gerade... Oh Gott, sie hat sich ja schick gemacht. Ich fasse es nicht. Äh, wir gucken mal eben hier rein. Dann lege ich das nämlich direkt hier hin. So. Ablegen. Bitteschön. So. Alle im Angelfieber. So gefällt mir. So, hier haben wir das Rezept. So, öffnen. Gartenbank. Uh. Die haben wir noch nicht. Cool. Ich hoffe, die ist hübscher als die Romantik-Bank. Machen wir mal, es geht. Es geht. Okay, dann muss ich mal eben hier... Fünf... Oh Gott. Ach. Hier war ein Kirschenland. Die habe ich gar nicht gesehen. Fünf Äste brauche ich. Eins. Achso, einen haben wir ja schon. So. Das sind schon mal... Eine Angel. Das wäre schon mal eine Angel. Eisen habe ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Ähm... Ich habe jetzt... Achso, ich habe 20. Okay. Hallo miteinander. Es frühlingsangeltuniert begonnen. Okay. Ich muss mir noch schnell eine Angel gecraften. Dann komme ich sofort. Sofort. Ach, ich habe keine Schaufel. Sorry. Vielleicht nehme ich auch direkt eine Schaufel mit. Das kann ich auch machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin gespannt, was wir angeln müssen. Ne? Also, wir brauchen schon irgendeinen großen Fisch, würde ich sagen. Also, denn er will sehen, wie viele Makrelen wir fischen. Oder sowas ähnliches. So. Schaufel. Haben wir hier schon eine Schaufel. Da haben wir zwei. Nehme ich mal beide mit. Und Eisen brauche ich. So. In die Tasche. Und Crafty Crafty etwas herstellen. Ähm... Hier oben. Da. Eins. Wir machen mal zwei Angeln. Ich glaube, die reichen. Für das Event. Weitermachen. Und noch eine. So. Morgen ist ja schon das nächste Event, ne? Mit dem Osterhasen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, wir haben alle Rezepte. 37 habe ich glaube ich. Müssten alle gewesen sein. Weil ich bekomme auch keine mehr. Das ist zwar traurig, aber das ist die Wahrheit, Leute. Die Wahrheit. Okay, das reicht. So. Ja. Ich habe wieder gegeben. Sorry, Leute. Ich glaube, den ist einfach das Beste, was ich kann. Es tut mir auch leid. Irgendwie. So. Unkraut. Du kannst auch weg. Und die Riesenmuschel auch. So. Ah, ja. Ich habe hier ein neues Kostüm, ne? Jetzt haben wir irgendwelche Bewohner oder aus Geschenken habe ich das bekommen. Ja. Ja, ja, ja. So sehe ich jetzt aus. Für heute. Ja, ja, ja. So sehe ich jetzt aus. Sehr interessant, ne? Ja. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. So. Blumengießen mache ich nachher alles. Ne? Ah, ja. Stimmt. Ich habe zwei Fische. Äh, die präsentiere ich euch, bevor ich sie noch eben abgebe. Einmal den Marlin habe ich gestern noch geangelt. Tadadada. Und den Neonsammler. Der war im Fluss. Der war am Fluss und Marlin war am Steg. Äh, haben die spezielle Zeiten. Das können wir auch mal eben kurz gucken. Aber ich glaube nicht. Ah, da. So. Dann könnt ihr euch das sehen. Hier. Oh. Den gibt es nur zwischen, äh, ah, neun. Neun? Ist das neun? Ja, ne? Ja, neun. Neun und 15, 16. Ja. Ne? So, dann wisst ihr das auch. Und Marlin gibt es die ganze Zeit. Okay. Super. Aber im Mai nicht mehr. Also solltet ihr ihn schnell finden. Gut, gut, gut. Achso, ich wollte die abgeben. Die gebe ich natürlich mal eben ab. Hab mich gewundert, dass ich gestern so Glück hatte, zwei neue Fische zu finden. Weil das Glück hat man nicht immer. So. Hoch, ein, hoch. Hoch, ein, hoch. Was ist da? Wie darf ich es in denen? Ich will etwas Stiften. Fabelhaft. Was? Was? Was wohnst du denn? Stift denn? Uh, gleich mal gestücke. Jawoll, jawoll. Welch Freude. Oh, ich habe so viel Spaß. Hier. Danke. Soll ich ihm was erzählen? Ne. Ne. Schnell weg. Schnell weg. Er sagt noch nicht mal tschüss, ne? Mit dem Winker oder sowas. Mann, 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 Mann. Okay. Angelturnierer hier. Jo, 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 jo. Wer ist denn da mal wieder bereit zum Angeln? Lommhuis ist nach wie vor dein Beber. Heute findet auf Nimmerland das große Angelturnier statt. Grebelst du dir schon im Angelarm? Perfekt. Du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch. Also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Äh, leicht. Fange innerhalb von 3 Minuten so viele wie möglich. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Und wer genug Punkte hat, kann sich bei mir dann gegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Also los. Ach ja, dein Fangen landet wie von Geisterhand hier bei mir in der Kühlbox. Du brauchst nur eine Tasche, also keinen Platz für die glitschigen Schlingel einzukalkulieren. Du brauchst nur eine Angel und schon kann es losgehen. Jo, jo. Also jetzt mal Butter bei den Fischen. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt sogar die Teilnehmergebühr. Oh. Ich würd ganz gern mal gucken, was es überhaupt gibt. Ahhhh. Okay. Ich möchte teilnehmen. Ja. Ich mach mit. Okay, okay. Okay. Ich brauch ne Angel. Angelein. Oh Gott. Ich muss los. Eine Runde des Angelturniers. Das beginnt. Auch am liebsten wäre ich eigentlich auf der, äh woanders. Nämlich Legens. Aber da habe ich keine Brücke. Keine Brücke ist nicht gut. Und hier ist da. Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Oh. 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 Ne, ne. Klau mir den Fisch nicht. Koala schieren. So. Komm. Ja, den haben wir. Okay, einen haben wir. Ist zwar nur eine Makrele, aber es ist egal. So, und weiter geht's, weiter geht's. Nicht aufgeben hier. So, da haben wir auch einen Fisch. So, komm. Dich haben wir da auch. Ah, ne, Mist. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt hab ich dich. Komm. Schnell, schnell, schnell. Super. Zwei Fische. In einer Minute. Ist nicht super, aber okay. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Da hätten wir ein Geschenk. Das interessiert uns vielleicht. Was ist das für ein Geschenk? Ein Ostergeschenk. Ne, das interessiert uns nicht. Äh, da gehen wir nicht hin. Das ist zu... Das dauert zu lange. Oh, oh, Leute, Leute. Wir brauchen eine Fische. Wo sind denn die Fische allein? Da, 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 da. Ah, ich kacke. Kacke, kacke, daneben. Oh, mein Gott. Ist das stressig. Ach, Alter. Ich hasse Angeln. Ich hasse Angeln. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Nein, ich hab die Angel eingezogen. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, nächster Fisch. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Jetzt. Jetzt bin ich im Stress, Leute. Jetzt. Jetzt bin ich richtig im Stress. Oh, mein Gott. Nur zwei Fische. Damit kriege ich keinen Angelpokal. Falls es den noch gibt. Komm, 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 komm. Hier, Fisch. Fisch. Hier muss es doch noch mal irgendwo einen Fisch geben. Das ist doch ein Witz hier. Hier ist kein Fisch. Okay, dann gehen wir den Fluss schnell entlang. Was heißt schnell? Ich weiß es selbst nicht. Auf jeden Fall sieht es nicht ganz so gut aus. Da, da haben wir noch einen Fisch. Komm. Zumindest drei. Oh, Gott, ey. Oh, nein. Oh, Gott. Das raubt mir hier alles Zeit. Ich muss schnell rüber. Und Angel rausholen. Angel, Angel. Da, da ist sie, da ist sie. Da ist sie. Und rüber mit dir. Nein. Äh. Komm. Oh, Gott. Komm, 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 komm. Komm, bitte schneller. Oh, Gott. Puh. Wir haben drei. Drei Fische zumindest. Ja, wir haben auch meinen bekommen. Wahrscheinlich das erste Angel-Turnier oder so. Angel-Turnier. Ja. Das erste Angel-Turnier. Oh, mein Gott. Das war ja jetzt was. Kriegen wir für jeden Fisch zwei Punkte? Das fände ich schon besser. Weil wenn man erst bei zehn. Ne, das ist ja. Oh, ja. Kühlbox. Oh, ja. Also in der Kühlbox sind insgesamt drei Fische gewandert. Oh, und. Da ist mindestens drei Sinn, kommt ein Bonus um drauf. Bäm. Fünf Punkte für dich. Selfie-Time. Ja, 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 ja. Die wandern da mal direkt in deinen Punkte-Vorrat. Wenn du gerne Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Äh. Okay, ich will noch mal anfangen. Äh. Mal nachsehen. Alles klar. Wollten wir fragen. Achso, ich muss erst mal nachsehen und danach. Ja, 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 gut. Da ist ja noch Platz drin, oder? Ja, ja. Alles verkaufen hier. Bitteschön. Äh. Das. Das finde ich ganz cool, dass man da eben direkt die Fische dann verkaufen kann. Dann nutze ich das ja wirklich hier. Mega cool. Ich meine, drei Minuten sind sehr, sehr, ne? Abgemacht. Äh. Sehr, sehr happig, ne? Man hätte schon fünf Minuten vielleicht rausmachen können. Okay, okay. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Alle an den Angeln und los. Okay. Da. So. Komm. Komm her, kleiner. Super. Sehr gut. Oh nein. Es war ein Ei. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist... Das ist doch nicht dein Ernst, dass ich jetzt hier ein tolles Ei hier rausdingse. Das ist doch nicht wahr. So. Hier haben wir noch einen Fisch. So. Komm her. Komm her. Komm. Junge. Komm. Komm endlich her. Danke. Ich bin doch kein Osterei. Eine Flunder. Super. Sehr, sehr gut. So. Ich brauch vier. Vier wäre schon ganz cool. Ah. Komm. Fische. Hallo. Wo sind die? Fische. Da. Da ist einer. Da ist einer. Egal wie groß. Ich brauche ja jeden Fisch. Jeden Fisch brauche ich. Ich habe erst einen. Vorher war ich zu der Zeit viel, viel besser. Da. Zwei. Zwei und die Hälfte ist schon vorbei. Ne. Meilen kann ich jetzt nicht nachgucken. Ich muss die Fische fangen. I'm so sorry. But. It's the truth. Hier. Komm. 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 Der war. Der war ein bisschen schlecht geworfen. Tatsächlich. Oh. Der auch. Nein. Komm. Komm. Büte. So. So. Ich habe nur eine Minute Zeit für noch einen Fisch. Einen Fisch möchte ich ganz gerne noch haben. Ich dachte eigentlich sieben oder so wäre easy. Aber es ist nicht so easy wie es aussieht Leute. Ne. Da. Da war auch. Da war ein Fisch. Sehr gut. Komm her Fisch. Komm. 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 Komm schneller. Dann kann ich gleich noch einen Fisch fangen. Danke. Oh super. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Komm. Schnell. 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 Da sehe ich gerade nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. So. Ab jetzt wieder ein bisschen langsamer. Oder? Da. Hier. Hier haben wir noch einen Fisch. So. Komm her. Komm, komm, komm. Bitte. Schneller. Oh. Oh Gott. Da hätte ich den Fass verkackt. Ja. Sehr gut. So. Ich laufe nach links. Weil links kann ich schneller sehen, ob da ein Fisch ist. Oh. 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 Nein. Okay. Fünf. Fünf, fünf, fünf. Schade. Schade, schade. Du kannst jetzt ruhig ein Ei sein. Ne. Bisschen nicht. Okay. Ja. Okay. Der hat tatsächlich nicht mal gezählt. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch hier die... Das ausbuddeln. Oh. Wieder ein Ei. Diese Eier, ne. Die nerven mich echt wirklich. Die machen mich auch fertig. So. Diese Ostergeschenke da auch überall. Ich weiß noch nicht, wo ich am besten angehen kann. So. Hallo. 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 Also in der Kübix fünf Fische. Oh. Da ist mindestens drei... Oh. Sieben Punkte für dich. Dankeschön. Selfie-Time. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Also ich sollte vielleicht eine Angel auswählen. Wir machen mal kurz hier ein Foto. Herr Dingsy. Aber erst gucke ich mal eben in den Meinen rein. Da. So. Dann Foto-Modus. So. So. Und dann? ZR. HG. Ah. Oder anfeuern. Ah. Warte, ich gucke mal eben hier. Zufriedenheit. Das sieht ganz lustig aus. Gucken wir mal eben hier. Ah. Was machen wir denn hier? Wir nehmen... Öh. Das hier. Drama nehmen wir. Und dann können wir noch gucken. Oh. Danke. So. So. Aber der Rahmen, den will ich nicht. Gucken wir eben hier. Okay. Wir machen das so. So. Bitteschön. Ach. Er hat die Augen zu, ey. So. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Tschüss. Andi, ich muss ja hier erstmal reingucken und danach verkaufen, ne? Ja. Alles verkaufen. Wie krieg ich? 4.000, okay. Ist in Ordnung. So. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir uns hier leisten können. Äh. Andere Frage. Punkte eintauschen, da. Mal sehen. Du besitzt 12 Punkte. Dein Wunsch ist mir wie viel. Jo. ein Dörfisch. Äh. Schenkt er mir jetzt nur Fische, oder was? Ist nicht der Erz, oder? Ein Dörfisch. Platzieren. Äh. Bin ich eine Agnerei, oder was? Hä? Wieso? 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 Das ist jetzt der Preis. Ich dachte, es gibt dann ja eine Liste, irgendwie, was ich mir aussuchen kann. Das ist ja hier wieder Betrug alles. Ich will doch keine hier, ich will doch keine Dinger hier haben. Was, was, was will ich damit? Was will ich jetzt mit dem Fisch hier? Den kann ich höchstens bei Nuki Buki verkaufen. Und dann bin ich glücklich. Mann, 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 Mann. So, wie viel Geld haben wir nochmal? Ach, okay, das reicht. So, hallo. Ich hoffe, ne? Du verzeihst mir meine Laune, aber... Ne, ich bin enttäuscht von dem Preis. Echt. Oh Gott, was hast du denn da für einen Schrott wieder? Willkommen. Ich möchte nur wissen... Ach, ich wollte nichts verkaufen. Egal. Egal. Hier, bitte, ein Kalmar. Ja, ja, 500 ist in Ordnung. Ich würde noch ganz gern den Rübenpreis wissen, der heute angestanden wäre. 154, okay. Okay, danke, danke. So, wir gehen mal hier kurz gucken. Und hier ist mal wie... Oh. Den Schieferboden, den würde ich mir mal mitnehmen. Der sieht ganz hübsch aus. Ne, davon nicht. Sorry, aber diesen Klempner hier. Guck mal hier. Uh, Toiletten-Set. Das würde natürlich perfekt in mein Badezimmer dann passen, wenn ich irgendwann eins habe. Da könnte man, glaube ich, den Schieferboden reintun, oder? Mal schauen. Nehme ich. Nehme ich auch mit. Ich weiß zwar nicht, wofür man den irgendwann braucht, aber... Ja, gut, ne? Baby Panda. Nehme ich auch mal mit. Ja. Und ihr sagt mir jetzt bitte, ja, dass ihr umbauen wollt. Bitte, Leute. Bitte. Ich warte schon mein Leben lang darauf. Und, und? Schade, 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 Schokolade. Ähm, ja. Dann gehen wir noch zu Sina und Tina und danach können wir noch ein bisschen angeln. Weil vielleicht kriegen wir auch noch irgendwas anderes außer einen Fisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht warten wir mal bis 20, bis wir 20 Punkte haben. Mal gucken. So, Hallo Tina. Oh, Moritz, ich hatte gehofft, dass du heute bei uns hereinschaust. Ich habe ein neues Stoffdesign für dich, mit dem du Möbel von dir umgestalten könntest. Ja, bitteschön. Uh, noch eins? Das ist aber sehr nett. Ich weiß auch nicht, wie oft du Möbel umgestaltest, aber ich hoffe, du hast Verwendung für mein Design. Ja, dankeschön, Sina. Ah, sie ist wieder so herzlich heute und schenkt mir auch immer Sachen. Oh, das macht mich ja ganz traurig. So. Oh, ja. Landhausblauze. Ekelhaft. So ein Buntringe-Pulli wäre eigentlich auch ganz cool. Tänzerjacke. Okay, dann aber hier in... Ah, ich glaube in... In der Farbe gefällt es mir mehr. Ah, Kobot-Kostüm. Das ist auch... Das ist ja mega cool. Also davon würde ich gerne beides kaufen. Ja, zur Kasse gehen. Gleich tragen. Aber die anderen Sachen, die würde ich auch haben. Muss ich ja jetzt wieder rein. Kann man die nicht irgendwie zusammen kaufen? Geht das nicht? Ich weiß es nicht. Äh, wo war das denn? Ich hätte auf jeden Fall die Jacke hier gerne. Ah, man kann so machen, glaube ich, oder? Und dann sind beide... Ne, ist nur eins. Okay. Märchengleich. Ah, ja. Das sieht für mich nicht aus wie ein Märchen. Eine Schweinsnase. Eine Sonnen... Oh, die sieht nice aus. Sportbrille. Äh, ne, ne, ne. Das kaufe ich erst mal, ja. So. Und dann kaufe ich mir noch die Tänzerjacke. Genau. Die Tänzerjacke, wo bist du? Da bist du. Und hier, perfekt. Ja, tragen wir auch. So. Mir fehlt nur noch die Krone. Die Krone fehlt mir. Ja, danke. Hoffentlich bespult. Ja. Bis bald. Oh, da haben wir noch irgendwas. So. Greif nach... Greif nach den Sternis. Greif nach den Sternen und du wirst... Ne. Hey, warte mal eben. Greif nach den Sternen. Hey, ich kann... Ich konnte schon mal erleben deinen Traum. Also, jetzt muss ich innerlich echt singen. Du wirst noch viel erreichen. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Dein Digimon wird dich begleiten. Dein bester Freund in allen Zeiten. Ihr seid ein Team. Werdet ihr jedes Abenteuer bestehen. Oh, 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 oh. Der Turm noch, der will, war's. Oh, 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 oh. Du, duh, du, 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 du. Lebt in einen Traum, denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles, was wichtig ist Wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist Greif nach den Sternen, du bist bereit Greif nach den Sternen, du bist bereit Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Okay, cool, dann weiß ich das jetzt auch Eine kleine Gesangseinlage, nur für euch Ich weiß, Leute, ihr braucht jetzt nicht runterzuschreiben, wie cool ich singen kann Ich weiß, wie cool ich singen kann, danke Danke, danke, Schokolade So, dann man los hierher Le Mois Ich will mitmachen Ja, abgemacht Ja, 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 ist dein Geld, alter Schwede Ja, geh mal weg, du komische Pamela Eine Runde angeht und er beginnt Okay Okay, diesmal waren wir schneller am Meer Das heißt, sechs sind drin Sechs sind doch wohl drin, oder? Oh nein, aber nicht, wenn man ein Ei rauszieht Das ist wieder hier Beschiss Also wirklich, diese scheiß, äh, diese tollen Eier, ey Die, die, die Nerven Die Nerven, vor allem beim Angeltunnel, hallo? Das ist doch hier Alles Belastend Und unfair Alter, ich wollte schon sagen, ne? Kann er mal langsam anbeißen? Alter, dein Ernst? Okay, das Angeltunnel ist gleich für mich Geschichte Ne Das ist ein, das ist echt ein schlechter Witz Wirklich Wirklich, wirklich So, da, bitte geh mal dran Oh Dichtballon hole ich mir, ist mir völlig egal Das Angeltunnel hier habe ich eh schon wieder aufgegeben Äh, ne Steu da Und Pay Oh Bist noch gar nicht so weit Jetzt aber Sehr gut Mach ich, mach ich gleich auf Müssen nämlich noch weiter angeln Und da kommt doch ein Geschenk Ah, ist ein Ostergeschenk Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht So Komm, zwei Fische hätte ich eigentlich ganz gern noch Für den Bonus Weil ein Fisch ist ja echt So gesehen Kein Fisch Oh mein Gott, ey Als ob hier kein Fisch mehr ist Ich brauche, glaube ich, echt eine andere Taktik hier So Dich hätten wir zumindest So Zwei hätten wir Ich hätte ganz gern noch einen Noch einen Während der Zeit Noch einen Bitte, bitte Okay Hier ist Ah, da hinten ist einer Perfekt So, dann hätten wir nämlich drei Super Super, super Mit etwas Glück bekomme ich sogar noch einen Aber nur mit etwas Glück Und nicht, wenn ich hier gegen Felsen laufe Ah, komm Super Hab noch vier Sehr gut Sehr gut Dann gehe ich schon mal in der Richtung Vier Stück habe ich Ja, wie ist es gelaufen, hä? Hast du Gewässer geängelt oder so? Lala, letzteren abgeschnittenen Kühlbox 4 Uh Bam Sechs Punkte für dich Selfie Time Ja, ja, ja Alter Schwede Oh, ich muss mir den Text gleich nochmal Ähm Ordentlicher durchlesen Ich glaube, er hat gesagt Umso höher die Punkte, umso besser der Gewinn Achso Muss ich mir gleich nochmal anhören Ich will mitmachen Oh Ja, sorry, sorry Okay, ich würde sagen, wir machen noch bis 20 Punkte Gucken, was er mir gibt Und dann War es das, glaube ich, auch mit dem Park für heute Abgemacht So Wir haben sechs Punkte, soweit ich weiß, ne? So, Fische, Dame ein Ach Gott, es könnte auch wieder ein Ei sein Oh, doch nicht Schöne Klische So, weiter Da haben wir einen größeren Seebarsch Der will Der wollte wohl nicht anbeißen Hier Super Sehr gut Ein Seebarsch Das war mir ja eh klar Hier haben wir nichts Ah, da hinten ist ein Fisch Ein Fisch Hallo Fisch Also so gut lief es noch nicht Bei mir Ah, danke Ah, schnell weiter Ah, da hinten ist ein Geschenk Ist mir jetzt aber auch egal Hier haben wir noch einen Fisch Hier haben wir noch einen Fisch So, bitte Danke Danke Vier 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 haben wir tatsächlich schon Es läuft noch ganz gut Hier haben wir noch einen Fisch Ah, ah Links, links, links Super Oh nein Ich hab weggedrückt Oh mein Gott Ich bin so Ich bin so nutzlos, Leute Tut mir leid Tut mir echt leid Nein Ich war so gut dabei Ah, hier Hier Ich hätte gern noch einen Sechs Sechs wäre schon cool Ja, ja Mach mal hier hin Ich brauch diesen Text nicht So, komm Da ist keiner Da ist auch keiner Okay Wieder zurück Ganz, ganz schnell wieder zurück Rechts ist keiner Ich seh keinen Oh Hier Hier ist auch keiner Oh oh Nein Fisch Hier war kein Fisch mehr Ach man Ist doch Ärgerlich Ah Dann wieder nur sieben Punkte Schade So, und forciere dafür noch Hallo, hallo Jo, wie ist es gelaufen Hast du die Gewässer leergeräumt Ach, und solltest du nicht wissen, was du mit deinem Fisch anstellst Bla, bla, bla Ja Oh, und da ist mindestens reisend Bonus Sieben Punkte Selfie time Direkt in einem Wenn du genug Punkte im Netz hast Kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen Nicht vergessen Okay Okay, wir machen jetzt einfach noch einmal So, Angel ausrüsten Wir müssen noch verkaufen, glaube ich Alles verkaufen Guck mal Sebastian ist echt so wenig wert, ey Das ist lächerlich Okay, komm Ich will mitmachen Abgemacht Super Super Dann lass mich mal schnell dahin laufen Oh Hier Hier haben wir direkt einen Das ist sehr gut So So Einen haben wir Ein Silbarsch Okay Der bringt uns vielleicht 100 oder so Auf jeden Fall Nicht so viel Hier war irgendwie gar nichts Hier ist aber einer So, komm mal her Super Zwei Ein Silbarsch Ein Silbarsch Zwei 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 Da ist nichts Da Scheint auch nichts zu sein Hier hinten auch nicht Okay Gehen wir hier mal wieder entlang Beziehungsweise rennen Es geht ein bisschen schneller Und hier müssen wir langsamer gehen Damit wir die Fische nicht vertreiben Obwohl Hier ist gerade überhaupt keiner Das ist nicht so gut Hallo Fische Ich brauche euch Ich brauche euch Wirklich Hä Das ist doch wieder ein Witz Hier Es hat so gut angefangen Leute Wirklich So gut angefangen Na gut Dann muss ich hier Fischen Super Drei 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 Oh Ich gehe trotzdem wieder zum Meer Ich meine Ich hätte da mehr Glück Mehr Glück Als wer stand Da ist nichts Okay Aber bis jetzt Das Meer hier echt enttäuschen Na mehr ist drei Das schaffe ich leider wieder nicht Und Und hier kommt auch kein Fisch mehr Gefühlt Hier auch nicht Ist echt Traurig oder Also ich finde es traurig Tatsächlich So Komm her Fisch Dankeschön Vier Ein Fisch Wäre auch noch ganz nett Da haben wir einen Fisch Hier Super Vielleicht gehen wir sogar noch ein Fisch Gucken wir mal was wir hier noch realisieren können Hier ist nur leider nirgends mehr ein Fisch Schade 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 Ist halt alles im Weg hier Okay Okay Fünf Fische wieder Das heißt eine Runde müssen wir noch machen Damit wir 20 haben Aber Ich hoffe er gibt mir keinen Nicht nochmal einen Fisch Ja 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 Alles verkaufen 2.000 Ja 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 Mach mal So Noch eine Runde bitte Ich will mitmachen Abgemacht So Letzte Runde Letzte Runde Für heute Schnell 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 Komm Kleine Fische sind besser Komm her Noch ein Fisch haben wir Super Ein Fisch haben wir Und weg ist er Das ist auch noch ein Fisch Das da könnt ihr zum Beispiel wieder ein Ei sein Ich habe A gedrückt Sorry Dann haben wir auch noch einen Fisch So Klische Sehr schön Gehen jetzt mal hier hinten her Und Gehen hier im Fluss entlang Da ist nichts Da ist auch nichts Hier auch nicht Hier ist aber was Oh 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 nein Der ist So weit da hinten Den kriege ich nicht so schnell Dich kriege ich aber Oh Drei Bist du denn Ein Guppi Habe ich ein Guppi schon? Ich weiß es nicht Also den würde ich auf jeden Fall nicht verkaufen Ich weiß nämlich nicht Ob ich den schon habe So Da ist einer Das war Oh gut Das hat noch getroffen Sehr gut Dann kriegen wir wieder fünf wahrscheinlich Ich glaube schon Wenn ich mich jetzt schlau anstelle Dann kriegen wir fünf Wenn nicht Dann nur vier Oder vielleicht doch nur vier Ah doch Da ist noch ein Fisch Aber es könnte auch ein Ei sein Erstmal schon wieder dumm angestellt Nice So gefällt mir das Der hat nicht gefunkt Oh mein Gott Als ob ich das jetzt Das ist nicht mein Ernst Oder Komm bitte Oh Gott Das ist gerade Sehr belastend Tatsächlich Weil ich mich so dumm anstelle Schade Mann Ich bin so dumm Leute Es tut mir leid Es tut mir leid So den Guppi Den will ich aber wieder haben So Hallo Ja Nicht so toll Nicht so toll Ja ja Mach mal dein Selfie Einmal Gib mein Guppi wieder her Raus nehmen Danke So Also so viel Geld Wie das jetzt nicht sein Hier alles verkaufen 900 Sternen Super Super So ich will jetzt meinen Preis haben Andere Frage Punkte eintauschen 28 Ich habe 28 Punkte Okay Was kriege ich? Fischtürschild Ja das gehen wir durch Ein Regenschirm Ein Fischschirm Okay Zeig mal her Ausrüsten Uh Der ist echt hübsch Der ist wirklich hübsch Fischtürschild Können wir uns gleich auch mal anschauen Oh Tür dekorieren Achso Tür dekorieren Ah Okay Leute Das war es dann mit dem Part für heute Äh Ich werde mal eben hier das hier noch machen Und die Fossilien Die werden wir nur abgeben Stimmt Das machen wir nur eben So Äh Ne So viel will ich da nicht Och man ey In den Geldbeute 10.000 Danke Aber auch noch ein Geschenk In den Geldbeute Och Manchmal hasse ich mich echt sowas von selbst So Du kommst jetzt in den Geldbeute Und dich vergrabe ich So Und du in den Geldbeute Und hier Geschenk auspacken Blumenstickrock Aha Oh Gott Ist das hässlich Ist das hässlich So Fossilien wollten wir abgeben Ne Wir haben erst zwei Und den Fisch vielleicht Vielleicht den Fisch Äh Ich gehe nochmal einmal um die Insel Weil ich habe Glaube ich sehr sehr viele Kreuze gesehen Deswegen gehen wir einmal kurz noch herum Der Rock ist echt ultra Ugly Aber da kann ich jetzt nichts machen So Hallo Fisch Ja ja Geh mal hier oben her Hier ist auch ein Fisch Fisch Frisch Von Frau Keine Ahnung wer Hier gehen wir runter Hier oben war irgendwo noch ein Kreuz Das weiß ich Das habe ich gesehen Da Ne Das meinte ich nicht Ich meinte weiter rechts Äh links Ach Nein Boah ich bin so glücklich Wenn übermorgen dieses Event Erstmal nicht mehr da ist Ja Bis zum nächsten Ja genau Da oben haben wir auch noch eins Oh hier ist der Geldbaum Ich glaube hier war nur 1000 Hier habe ich mich nämlich vertan Ja Hier war nur 1000 Ach ne Ich brauche die Leiter Leiter Oh guck mal Er angelt hier oben Ich meine so schnell bist du aber dann nicht beim Herr Otter Ne Oh Ein Fossil So Und links war irgendwo noch ein Fossil Äh Beziehungsweise ein Kreuz Das habe ich nämlich gesehen Da Da ist es hier Und runter mit mir Und schau Ist das ein Fossil oder ist das ein Ei Nein Es ist ein Fossil Super Super Ah ich habe glaube ich das hier gesehen Oder Weiß es nicht Ich glaube schon Ich glaube ich habe das gesehen Okay Super Dann bringen wir noch eben die Fossilien Und ähm Den neuen Fisch Wenn er überhaupt neu ist Können eigentlich hier Oh Oh ich glaube er ist neu Ja Ja er ist neu Den könnt ihr auch nur Zu dieser Zeit fangen Oh da habe ich echt Glück gehabt Wow Sind viele Fische Die wirklich nur 2 Stunden am Tag da sind Das ist sehr interessant Sehr gut auch zu wissen Äh Ich laufe jetzt einfach hier durch Ich habe nämlich gesehen Die gehen nicht mal kaputt Habe ich gelernt Sondern nur die Blüten gehen kaputt Und das ist dann nicht allzu schlimm Die wachsen dann Nach 2 Tagen wieder nach Das ist ja dann auch kein Problem Äh 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 Mal eben strecken und recken So Ach Gott ich wollte die gar nicht verkaufen Oh mein Gott Weg hier Ne sorry Ihr beiden Ich bin wieder weg So Ähm Wir wollten nämlich zum Herrn Eugen gehen Guten Tag Herr Eugen Huch Ein Moritz Ja 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 Ich bin's Hallo Hallo Ich bitte Und Ballern Okay Versilien Analysieren Los 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 Herr Eugen Ein Zwei Drei Vier Tada Nicht nur ein Pfund Sondern mehrere Wo hab ich den Guppi eigentlich gefangen Im See ne Auch im See Oh er hat schon beide Okay Macht nichts Aber den Guppi Den hast du noch nicht Ein Guppi Äh Ja komm Zum Abschluss kannst du mir das erzählen Famos So was lässt man sich nicht zweimal sagen Hach Sind Guppis nicht einfach reizen Form und Farbe ihrer Flossen sind bei jedem Exemplar anders Oh ja Sie wissen wie man Aufsehen erregt Ob sie wohl Schönheitswertbewerbe abhalten Und ob sie mich wohl als Juroren einladen würden Und das war's im Groben Denken sie mal darüber nach Dann will ich ihre großzügige Spende sogleich ausstellen Ich danke ihnen von Herzen Dankeschön Ne danke Reicht 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 mir Und Das war auch der Part für heute Wir gucken doch eben schnell in die Medaillen rein Wahrscheinlich irgendwie Museums Profi oder sowas Mal gucken was hier war Ah ne Irgendwas zum Abgeben Okay Okay Dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen Ah ne Heute Abend Also wenn ich daran denke nachher Ja Ich weiß nämlich nicht ob ich Genug Zeit habe dafür Für heute Abend Ich habe noch mehr Meilen Was habe ich denn hier noch Fossilienforschung Achso Ich habe schon 101 Fossilien Erforsch Ähm Ne Also seid nicht böse Wenn es heute nicht klappt Heute Abend Aber ich denke Es müsste schon klappen Ich denke schon Oder wir warten Bis die Kokoschnussbäume Wachsen Also Montag werde ich auf jeden Fall Zeit haben Ob es heute noch Weiß ich nicht Weiß ich nicht Leute Weiß ich nicht Wir müssen gucken Ne Also dann sage ich mal Tschüss Ne Viel Spaß noch Den T-Rex behalte ich Achso ich muss auch den Part beenden Ich dachte der geht automatisch weg Tschüss Achja rechts ist die Playlist Das neueste Video Auf Vielen Dank.